Hi eBikeTuner ich habe heute die RideControl App aufgemacht und habe gesehen dass es Updates gibt und viele haben darauf gewartet auf dieses Navigationsupdate also in der RideControl App konnte ich jetzt ein Ziel eingeben und dann wenn das Handy dann verbunden war hat es mir sofort jetzt die Pfeile angezeigt jetzt muss man mal testen wie gut es funktioniert aber ja macht das Update und probiert es aus viel Spaß